die dhv news vom 6 mai 2022 gmm 22 kanoko 22 karl hat gezogen hallo zusammen herzlich willkommen bei den dhv news in meiner realität hier ist es jetzt freitagnachmittag ungefähr viertel vor zwei und ich bin um zwei mit dem youtuber kollegen tomatolix verabredet ja zum interview und bin gespannt ob ich das schaffe wahrscheinlich muss dann auch einen kaffee im konfit trinken eine vorbemerkung habe ich ansonsten noch nämlich ein hinweis auf den live talk bei derja türk nachbauer spd bundestagsabgeordnete wo ich zusammen mit kam wegge zu gast war sebastian fiedler hatte abgesagt ich habe es angekündigt in den letzten ausgaben hier und jetzt ist der mitschnitt verfügbar auf facebook und könnt euch angucken wenn ihr lust habt dann war der hinweis in der video beschreibung ist der link keine wahnsinns spektakulären neuigkeiten war einfach ein kurzweiliger talk fand ich und einige die gesehen haben fand das wohl auch nicht schlecht so morgen geht es los ja deswegen habe ich den gmm als erste nachricht hier reingepackt damit diejenigen die jetzt hier gerade in der realität jetzt gerade samstag 7 mai ist mittags rum ja dass ihr sofort jetzt auf pause gehen könnt jetzt gleich hier und zur demo startet zum gmm guckt danach wo in eurer nähe einer ist und oder jetzt gehört noch eben zu wenn ich gleich die städte vorlese ja dann könnt ihr dann irgendwie ausmachen ich bin auch nicht sauer wenn ihr es danach dann weiter guckt hier in dieser eurer 7 mai realität gibt es heute demos in folgenden städten dortmund berlin braunschweig nürnberg erlangen dresden düsseldorf halle saale hamburg heidelberg magdeburg münchen regensburg ulm stuttgart und konstanz und die ehrenamtlichen aktivisten die das vor ort organisiert haben freuen sich natürlich auch über rege beteiligungen und es kann es aber auch sein dass in eurer realität der gmm in eurer nähe erst nächste woche stattfindet ja das kommt halt darauf an wo ihr genau seid dann könnt ihr nämlich hier noch entspannt die news zu ende gucken also für diejenigen zuschauer jetzt hier ganz aktuell die dat jetzt hören in dem moment in deren realität jetzt gerade der 14 mai ist samstag gibt es heute demos in oldenburg freiburg und frankfurt und für diejenigen in deren realität ist gerade freitag der 13 mai ist und die in der nähe von darmstadt und karlsruhe sind die sind dann heute dran 13 mai kommt noch darmstadt und karlsruhe dazwischen freitags so es gab schon im vorfeld etliche pressemeldungen zu dem thema global marihuana marsch das ging per dpa ticker meldung durch die gegend und dann viele medien haben das aufgegriffen die überschrift dabei meistens demonstration für schnelle cannabis legalisierung ja also wahrscheinlich sicherlich in anlehnung an die forderung nach sofort der entkriminalisierung aber wenn der rest schnell geht es natürlich auch schick passend dazu wurde auch das motto genannt in den medienberichten schluss mit warten gras in den garten und das ist ja genau der punkt ihr habt keine bock mehr zu warten ja abgesehen davon hat man ja sowieso die legalisierung erst mal noch durchsetzen muss aber wir wollen es auch schnell haben also raus auf die straße und wenn es keine legosteine hagelt glaube ich tatsächlich auch dass es mehr teilnehmer werden als vor corona die letzten gmm aktionstage waren einfach so von vom gefühl her weil eben die resonanz relativ groß ist weil wir gute vorläufer hatten mit der ford 20 demo in berlin am 20 4 und die medien so viel berichten und so weiter also feedback sieht gut aus das wird spaß machen und es ist wichtig weil naja ihr habt ja mitbekommen dass noch nichts passiert ist seit die ampelregelung angetreten ist und ja viele bezweifeln eben auch dass die das ernst meinen und so weiter auf jeden fall kann das nicht schaden den druck aufrecht zu erhalten damit die legalisierung wirklich kommt und sofort konsequente entkriminalisierung natürlich auch nicht zu vergessen eigenanbau führerschein alles noch ungeklärt und hat überhaupt irgendwie geplant ist oder nicht ja da müssen die sich erst noch einigen also geht auf die straße und helft mit legalisieren und etliche stunden in den letzten zwei wochen habe ich jetzt persönlich am programm der cannabis normal konferenz gesessen und mit kollegen daran rumgefeilt sozusagen und jetzt ist die beschreibung der elf sessions online auf der auf cannabis normal de der konferenz homepage wo wir entlang unserer dhv-eckpunkte für die legalisierung das ganze thema in diese elf blöcke aufgeteilt haben elf sessions immer drei parallel wo ihr euch beteiligen könnt wo ihr dann reingehen könnt und mitdiskutieren könnt wir stellen auch konkrete fragen da wenn es geht mit einer app da müssen wir noch klären ob wir überall wlan hingebucht kriegen aber so oder so wir wollen folgende fragen stellen manchmal ein paar beispiele ja welche session es da so gibt und welche fragen eine zum thema anbau clubs ja anbau vereine cannabis social clubs wie in malta zum beispiel ist eben legalisiert als erstes land nicht nur duldet sondern wirklich komplett geregelt hat eigen anbau anbau klubs mit fragen wie sollte es eine beschränkung der anzahl der mitglieder dieser vereine geben und wenn ja wie viele denn sollten touristen da mitglied werden dürfen in diesen anbau klubs wie das teilweise in spanien funktioniert oder so der konsum vor ort erlaubt werden in diesen vereinsräumen da oder so reicht hat wenn da gemeinsam gegraut wird und dann die ernte verteilt wird und fertig als beispiel ja also müsst ihr jetzt nicht hier unter dem video beantworten könnt ihr gerne was zu sagen auf unserer homepage unter den eckpunkten auch da könnt ihr euch beteiligen aber vor ort ist natürlich vielleicht noch mal spannender die debatte da mitzukriegen und da selbst mitzureden eine session noch ein beispiel zur produkt deklarierung also mit fragen wie welche warnhinweise sind da nötig ja so über straßenverkehr schwangerschaft aufbewahrung außer reichweite von kindern ja das wären so klassische warnhinweise risiko vor überdosierung besonders bei oralem konsum ja muss das alles da drauf oder sagt ihr das steht bei alkohol auch alles nicht darauf einzeln müssen wir da auch nicht haben ja oder wie sollen dann diese verbraucherinformationen überhaupt rübergebracht werden also beipackzettel einfach ein piktogramm irgend so ein zeichen drauf oder ein qr-code der auf eine landing page führt wo das ganze zeug dann in ruhe aufgelistet ist ja da man keine riesige packung braucht nur alles da drauf zu drucken und welche verbraucherinformationen sind sonst nötig ja so thc wertangabe cbd wertangabe nehme ich mal eines konsens ja dass das jeder haben will weitere cannabinoide terpene sorte name anbau ort und so weiter ja soll das alles da draufstehen wir mal das einzelne abfragen aber das nötig war das nicht nötig also ihr könnt euch da reichhaltig beteiligen und auch dann gibt es zum beispiel noch eine session welche produkte überhaupt genau zugelassen werden ja bei hasch und gras hat ja klar abgesehen davon ob man vielleicht eine thc obergrenze will oder eben auch nicht ja bis hin zu konzentraten aber hat es mit mischgetränken mit mit limo mit koffein und gras oder joint mischkonsum soll ein fertiger joint dafür serviert werden dürfen oder nicht tausend fragen wo wir eure meinung haben wollen deswegen wird es nur kurze impulsreferate geben als einstieg und dann gehören die mikros euch ja der publikum der community wir wollen eure meinung hören weil wenn es alles gut geht dann werden wir an den beratungen beteiligt sein das ist ja ziemlich wahrscheinlich ja mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher dass wir als handverband bei den details dabei sein werden wenn die regierung da sich per expertise rein holt also besonders ich persönlich werde auch da am tisch sitzen und ich bin mir ziemlich sicher dass wir da das eine oder andere detail durchgesetzt kriegen nur sitze ich da ja nicht für mich da sondern für euch ja ich bin interessenvertreter lobby ist sozusagen für euch und ich will natürlich auch dann eure interessen vertreten und insofern deswegen machen wir den ganzen aufriss jetzt da mit den eckpunkten und so mit der beteiligung und bitte bitten um kommentare und so und eben auch um teilnahme an der cannabis normal konferenz wir machen die zum ersten mal seit 2017 weil das ein zuschussgeschäft ist ja wir puttern da geld rein auch wenn manche denken die tickets werden schon teuer ja aber das kostet halt sowas aber das ist eben dieses jahr besonders wichtig und es eine besondere gelegenheit ja da mit zu reden ja so eine chance werdet ihr nie wieder haben praktische über mich als medium sozusagen direkten einfluss da auf das cannabis legalisierungsgesetz zu haben also das ist wirklich ein super angebot finde ich ja also kommt reichlich dahin zu der app noch mal kurz wir wissen noch nicht so ganz genau ob das klappt mit dem wlan in allen räumen weil wir haben da auch ein darkroom jetzt diesmal dazu gebucht ja also gibt da im kellerraum sozusagen bei der alten münze der eben darkroom ist wir werden jetzt nicht so benutzen aber das wird ein besonderes dark light werden auf der cannabis normal konferenz dieser raum mit ein bisschen ungewöhnlichen ambiente ambiente und den werden wir auch zur 20 jahres feier dhv am samstagabend seckentfremden zusammen mit anderen räumen ein bisschen feiern da noch abends ohne die übliche nutzung des raums ja da haben wir nichts vor in der richtung und oben rum ist die alte münze sowieso ein ganz normales konferenzgebäude also ab erdgeschoss sozusagen wie bekannt und von denen die schon da waren nur diesmal saniert ja seit dem letzten mal genau und jetzt noch ein paar wichtige infos zum thema organisation der kanoko nämlich die early bird phase haben wir um eine woche verlängert also die preiswerteren tickets gelten noch bis einschließlich mittwoch 11 mai und das haben wir vor allen dingen gemacht weil das helping hand management noch nicht durch ist ja also ihr könnt euch noch bewerben als helping hands wir brauchen jede menge leute die da irgendwie kleine arbeiten übernehmen paar stunden mitmachen und dafür ein freies ticket bekommen und das machen dann wahrscheinlich eher leute die jetzt nicht furchtbar viel geld haben die sagen ja ticket preis mir wart viel ja mache ich lieber ein bisschen mit und kommen dann kostenlos da rein nur wir können nicht garantieren dass wir alle neben dies bewerben deswegen wollte man die option nicht zu machen sozusagen dass ihr noch early bird preise bekommt und deswegen garantieren wir auch alle die sich jetzt bis nächste woche mittwoch bewerben als helping hand kriegen auch die garantie selbst wenn wir euch nicht nehmen aus irgendwelchen gründen warum auch immer weiß ich tausende auf einmal bewerben ihr kriegt noch ein helping hand early bird preis ticket dann ja auch wenn alle anderen das dann nicht mehr kriegen auf der homepage was haben wir noch nichts ja das war der punkt helping hands anmelden da gibt es auch ein eigenes anmeldformular auf der seite und als nächstes kommt jetzt die liste des speaker dran wer redet da und wann sind die einzelnen session genau im zeitplan am samstag der kanoko 17 bis 19 juni das ganze vormerken ticket kaufen ja seid dabei so jetzt das thema der sendung karl hat gezogen große neuigkeiten und wie es aussieht haben wir es geschafft ein hindernis für die legalisierung zu beseitigen nämlich ja karl alterbach hat diese woche verkündet dass sein ministerium zwischen den corona wählen jetzt wo die einem bisschen was entspannter ist und bevor im herbst wieder losgeht dass jetzt ein paar projekte vorantreiben wollen neu war die große meldung und darunter eben auch die legalisierung von cannabis und das ist halt ganz was anderes als er vor ein paar wochen gesagt hat wo er meinte ja wir haben das dieses jahr gar nicht auf dem schirm in der to-do liste da beim hand beim ministerium gesundheitsministerium da kommt nichts dieses jahr so ungefähr und jetzt hat er gesagt kommt doch was ja der druck hat geholfen aus allen möglichen richtungen und er hat nicht nur gesagt wir fangen das jetzt an und der drogenbeauftragte blindert soll jetzt die wesentlichen inhaltlichen diskussionen anleiten ja und mit anhörungen durchziehen und so weiter damit ein paar Eckpunkte festgelegt werden und dann soll in der zweiten jahreshälfte sogar schon gesetzentwurf kommen ja frau lütkes wunsch die hat immer gesagt hier von der fdp ich wünsche mir bis ende des jahres einen entwurf dafür und das kam ja schon unwahrscheinlich vor nachdem lauter wach da sich so einen kopf in den sand gesteckt hat ja jetzt sagt er gibt einen entwurf in der zweiten jahreshälfte wie realistisch das ist weiß ich am ende gar nicht und ich habe auch tatsächlich beim recherchieren nicht gefunden wo er bei welcher gelegenheit er das eigentlich gesagt hat ja das war eine agenturmeldung wieder dpa die überall aufgegriffen wurde überall derselbe text aber da stand nirgendwo er hat das jetzt auf einer pressekonferenz gesagt oder in einem interview oder was ja keine ahnung wo das jetzt überhaupt herkommt ja da bin ich mal gespannt was ich darüber noch rausfinde aber ähm es wurde von manchen bestätigt ja so grob obwohl er selber carl lauterbach selber und gesundheitsministerium haben nichts dazu gesagt ja weder auf den sozialen medien noch auf den homepages also ist irgendwie still aber die spd-fraktion im bundestag hat das ganze bestätigt und geteilt und ja ein eigenes bild dazu gebracht und auch burkhard lehn hat als drogenbeauftragter hat die sache begrüßt ja super geht jetzt los und so insofern ist ja unwahrscheinlich dass das jetzt eine komplette presseente ist und dann ist das ganze wirklich ein meilenstein scheint erledigt zu sein ja sehr schön und das zeigt eben auch dass es sich lohnt aktiv zu werden denn dazu haben ganz viele beigetragen ähm ich habe einen brief geschrieben ja so per post an den lauterbach und wir haben als handverband zusammen mit dem weed mob äh auf twitter zum beispiel zwei tage lang den hashtag carl am zug trennen lassen auch ein schönes zeichen aber auch alle möglichen anderen ansprachen an den minister und seine partei äh auf allen möglichen kanälen haben da sicher geholfen und auch die drogenpolitischen sprecher der anderen parteien und auch der spd die da sicherlich intern nachgefragt haben äh im ministerium davon würde ich mal schwer ausgehen ja und die haben ja auch zum teil öffentlich schon mehrfach jetzt so ganz dezent leise darauf hingewiesen dass jetzt da vom ministerium was kommen muss und alles zusammen hat offensichtlich gewirkt ja also mischt euch ein gmm demos hingehen ja es macht was aus wenn man sich engagiert und kommt zur cannabis normal konferenz denn immer noch kann die legalisierung aus diversen gründen scheitern ja das ist immer noch lange nicht erledigt ähm zum beispiel eben am bundesrat ja das ist jetzt eigentlich noch der der wesentliche punkt der klar definierbar ist wo man also wirklich sagen kann da haben wir noch ein problem ähm gibt noch ein paar andere dinge worüber die ganze geschichte stolpern kann aber das identifizierbar und adressierbar sozusagen ist jetzt eigentlich aus meiner sicht nur noch der bundesrat was natürlich schon mal gut klingt und saarland hat auch schon gezeigt wie geht nämlich die cdu aus den landesregierungen rausschmeißen und das müsst ihr jetzt machen wenn ihr schleswig holsteiner seid ja am sonntag sind landtagswahlen geht dahin geht wählen wählt nicht die cdu schmeißt die aus der landesregierung raus und dann sind wir dem ziel wieder ein stück näher gekommen dass die blockade mehrheit der cdu im bundesrat gebrochen wird und ich weiß gar das ist natürlich jetzt schwierig in schleswig holstein tatsächlich wo die cdu noch einen sehr guten stand hat weil der ministerpräsident günther so beliebt ist aber gut ja wer nicht wählen geht hat schon verloren insofern ihr wollt ja nicht schuld sein dran am ende wenn an schleswig holstein die legalisierung scheitert ja weil ihr da irgendwie nicht zur wahl gegangen seid äh das wäre ein drama äh guckt euch unsere wahlanalyse nochmal an auf unserer homepage findet ihr da so betrachtung der einzelnen parteien was steht im programm was haben die gemacht bisher und so weiter und so fort ja wird nicht einfach sein die wahl auch danach nicht viel einfacher dann habt ihr aber mehr durchblick auf jeden fall hauptsache nicht cdu wählen und wählen gehen wahlanalyse nrw kommt leider erst nächste woche kann ich jetzt noch nicht präsentieren aber auf jeden fall rechtzeitig vor der wahl auch da natürlich wählen gehen dann das erzähle ich nächste woche natürlich auch nochmal aber ja wir machen wie unsere videospot kampagne weiter ähm ne diese geht wählen sache und mal kurze erklärung der ähm situation das habe ich hier schon ein paar mal jetzt eingespielt ist auch im kanal zu finden die videos hier und die haben wir mittlerweile über eine million impressionen ausgespielt äh vielleicht sogar schon zwei weiß ich die ganz aktuelle zahl aber da sind wir jetzt gerade richtig auf facebook und youtube mit werbung äh am rein drücken sozusagen von daher ja wer weiß vielleicht schafft man schleswig holstein ja auch kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi cannabis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de slash unterstützen link in der infobox so jetzt ein paar kleine auslandsnachrichten sozusagen mehr oder weniger aus dem ärmel geschüttelt thailand das ist ein thema da hätte ich schon oft mal gerne drüber berichten können irgendwie weil immer wieder artikel kommen dass da irgendwas im busch ist und irgendwelche komischen beschlüsse gefasst worden sind aber keiner kapiert so richtig eigentlich was da los ist jetzt habe ich einen artikel gefunden wo es langsam ja um konkrete dinge geht nämlich lizenzen für den anbau von privatleuten von hanf bis zu zwei prozent habe ich jetzt in einer nachricht gelesen auf geht was aber sicher ist auf jeden fall geht um besorten die sehr wenig thc haben vielleicht wenn ich hätte auch mal ein prozent gelesen eben quasi was bei uns dem idee gras oder nutzhanf ist mit einem dicken mehr thc was man jetzt da legal anbauen darf wenn man sich anmeldet und da gibt es mittlerweile 4721 anträge auf den anbau und 80 wurden mittlerweile genehmigt ja das wird jetzt hochfahren nehme ich mal an und viel mehr werden alles mir ist noch nicht so ganz klar ob das wirklich alles privatleute sind und was die damit machen ja weil da immer die rede von ist weiterverarbeitung von weiß ich nicht seife oder irgendwas das klingt eigentlich eher auch kommerziell und da war auch mal irgendwann die rede davon dass dann die familien die dann ein paar pflanzen im hinterhof haben das verkaufen an irgendjemand der damit irgendwas verarbeitet oder ob die das medizin dann selber behalten können ja dann ist alles ein bisschen diffus aber immerhin hier haben wir jetzt mal erste zahlen das gibt auf jeden fall jetzt legalen anbau von hanf in thailand und auch wenn man so eine lizenzhammer hat unter relativ entspannten bedingungen scheinbar ich verlinke euch den artikel wie immer in der video beschreibung ganz kurzer hinweis auch in uruguay gibt es keinen anstieg von jugendlichen konsumenten seit der legalisierung von cannabis schöne nachricht das ist ja die große befürchtung der gegner der legalisierung dass die kinder danach unter die räder geraten und irgendwie alle kiffen wie verrückt aber das lässt sich wieder bestätigen in nordamerika da habe ich da schon ein paar mal berichtet jetzt kanada usa aus uruguay hört man relativ wenig dazu aber auch da gibt es jetzt eine studie die sagt das beeindruckt die jugendlichen nicht die kiffen deswegen nicht mehr jetzt eine schlechte nachricht obwohl das eigentlich gar nicht richtig eine nachricht ist nämlich das ist nämlich schon von november ja seitdem ist das akut und wir haben es jetzt mal geschafft das thema anzugehen mal zu erledigen sozusagen nämlich die reduzierung der legalisierten weltbevölkerung zum ersten mal seit wir diese statistik führen dass wir da wieder ein gebiet rausnehmen müssen nämlich den us-staat south dakota nur mal kurz wir nehmen da alle länder rein die richtig legalisieren also auch verkauf von cannabis regulieren richtig also nicht wie in holland irgendwie weggucken und schwarzmarkt im hinteren im großhandel sondern wirklich vernünftig regulieren und wo der beschluss dazu klar ist also eigentlich keine hürden mehr zu erwarten sind die das noch irgendwie aufhalten auch wenn die shops noch nicht eröffnet sind das wissen wir ja mittlerweile dauert zwei jahre oder so bis das überhaupt dann mit den shops passiert aber zum beispiel eine volksabstimmung da in usa in so einem us-staat habe ich immer gewertet als sicher ja weil normal kann da kein parlament dann mehr sagen aber im fall von south dakota hat das oberste gericht die sache wieder kassiert und weil die gesagt haben das widerspricht dem single issue vorgaben dingens da von der verfassung wo die sagen also volksabstimmungen immer nur zu einem thema und in dieser volksabstimmung war cannabis als medizin und als genussmittel gleichzeitig in einer volksabstimmung legalisiert worden hat das gericht gesagt nö zwei themen geht nicht und weg damit jetzt hat wieder ist das also einkassiert worden und wir nehmen das haus dakota aus der liste raus das sind 0,8 millionen einwohner zum glück nur die das betrifft ja die also jetzt nicht legalisierte erdenbewohner sind die zahl ist jetzt was minimal gesunken da seht ihr einerseits man kann fortschritt auch wieder zurückdrehen ja das ist nie sicher dass das was man mal erreicht hat nicht mehr zurückgedreht werden kann wie man manchmal so den eindruck hat geht auf die straße her zum gmm damit das bei uns nicht passiert ja dass die ampel ihren eigenen koalitionsvertrag vergisst und außerdem habe ich das gesagt weil in der karte hinter mir saus dakota jetzt nicht mehr markiert ist ja und bevor das alle jetzt gemerkt haben und tausende von kommentaren da unten auf einmal stehen wo habt ihr saus dakota gelassen ja habe ich das jetzt mal erklärt ich gebe auch davon aus dass das dieses jahr noch wieder ansteigen wird auch über das niveau davor hinaus unter anderem durch ein paar volksabstimmungen in den usa die dann im herbst wieder anstehen und letzter punkt die britischen jungfern inseln ja kennt ihr die schon mal was von gehört dort ist in der karibik irgendwo und ich habe mal eben versucht rauszufinden wie eigenständig die eigentlich sind die scheinen irgendwie so doch einigermaßen eigener staat zu sein die haben auch einen us-dollar zum beispiel als währung aber sie haben auch die britische königin als oberhaupt den chef da bestimmt ja wer sie da vertritt auf den britischen jungfern inseln und da sagen hat und dieser typ der da jetzt gerade premier ist der ist jetzt gerade in miami verhaftet worden wegen drogensachen ja da haben verdeckte ermittler den angesprochen nun sein hafenchef war auch noch mit dabei in miami und der sohn von dem oder so in einem anderen artikel war auch von einer hafenchefin übrigens die rede ja so köpft mich nicht das ist unglaublich dass jetzt ein mann oder eine frau war egal auf jeden fall der premier den haben sie verhaftet das war so die hauptstory weil die sich ausgegeben haben die verdeckten ermittler als vertreter von mexikanischen drogenkartellen und gesagt haben wir geben dir einen haufen geld dafür wenn du irgendwie uns ein bisschen beim koks weg guckst ja wenn wir koks irgendwie über die britischen jungferninseln richtung usa oder europa verticken irgendwie und dann ein bisschen was lagern oder so und haben auch erstmal dem ein paar zehntausend dollar in die hand gedrückt so als vertrauensvorschuss irgendwie einfach so und hatten auch noch einen haufen mehr geld wohl dabei und ihm gezeigt oder was auf jeden fall ging es um viel geld und viel koks und der typ hat ja gesagt und jetzt ist er im knast in miami und auch wenn das kein Hanf ist erzähle ich das weil das nicht alle tage vorkommt statt ein fremdes staatsoberhaupt einfach so weggeknastet wird wegen so einer story und wegen so einer verdeckten ermittlung ja also hoffen wir mal dass der scholz nicht demnächst beim nächsten usa besuch auf so einen trick reinfällt ja wenn sie es bei ihm auch versuchen das wäre ja blöd so termine das sind nochmal eine ganze menge jetzt da sind natürlich die global marihuana marches dabei jetzt muss ich gucken ich glaube an einer stelle muss ich aufpassen weil zwischendurch noch ein anderer termin ist fangen wir so an gleich hier die leute natürlich gleich zur premiere zum upload die news sehen vielleicht sind dann gerade fertig und könnt dann nach regensburg gehen also heute freitag 6. mai 19 uhr treffen der ortsgruppe in dortmund dann am samstag geht es los morgen ja geht es los global marihuana marsch in dortmund berlin braunschweig nürnberg erlangen dresden düsseldorf halle hamburg heidelberg magdeburg münchen regensburg ulm stuttgart konstanz so das habe ich ja alles eben auch schon mal erzählt jetzt müssen wir gucken ob da noch irgendwas anderes dazwischen war ne ich glaube nicht dann gibt es am 10. das war glaube ich weil ich meinte am dienstag 10. mai braunschweig treffen der ortsgruppe und am 12. donnerstags in hamburg den stammtisch der ortsgruppe und dann kommen nochmal gmms in darmstadt freitag 13. auch freitag 13. normales ortsgruppentreffen in karlsruhe und dann wieder gmms in oldenburg freiburg frankfurt am 14. mai die drei noch hinterher das waren die gmms dann haben wir noch ein treffen in offenen hanftisch in heidelberg unsere gruppe in heidelberg und dann noch den online klönschnack in hamburg am dienstag 17. mai alle beide und dann noch gehen wir noch ein bisschen weiter als üblich nach bern weil das ist die canna trade die steht jetzt auch wieder an freitag 20. mai bis sonntag 22. mai also große messe in der schweiz alte traditionsmesse immer gern da gewesen kann man sich auch mal wieder geben ja ist ja im moment ein bisschen ruhiger mit der corona nummer kann man sowas mal bringen so das war jetzt mal ab zu tomatolix ich hoffe der ist nicht eingepennt jetzt mittlerweile ja sorry in die richtung und damit ja das übliche noch eben liken hier video kanal glocken abonnieren ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend und macht jetzt sofort wieder weiter hier auf wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020